willkommen zurück weiß kommen und wir sind jetzt mittlerweile hier bei einem militärkämpf angekommen und wollen da jetzt mal reingucken gehen richtig bei b3 sind wir angekommen da kommen dann runter rein theoretisch so wie die max jetzt sind kümmern vor der tür nehmen nee egal wir gehen jetzt hinten wie sie mir was geplant haben nicht nicht umwerfen wollen wir mal schauen ich brauche noch ein armeehelm weißt du so ein bisschen munition für den coach bräuchte noch der will ja hat er wie so seine super spezialwaffe und vielleicht wird noch ein bisschen militärfutter was ich da hinten läuft mit zombie aber okay hier liegt ein helm übrigens ein teilhelm ein soldatenhelm ich nehme das größere lach oh achtung robbys ich bin drin bin auch drin ja auch und dann hier in die dusche rein komm rein der kann durch die fenster gucken sonst bin unterwegs ich krabbel hallo das sieht ja scharf aus ja dann war eine gute idee ich glaube wir werden hier bestimmt lebend wieder rauskommen ja immer immer aber ich habe einen taktischen pullover ich habe einen helm auf ja natürlich habe ich den helm auf trainingsjacke kann ich ja natürlich in der toilette ja ich musste ja dringend gut jetzt kann es weitergehen dann gehe ich mal gucken wann er wieder ankommt und gibt dann bescheid alles klar und wir versuchen hier durchzudackeln aber so viel ach so die ganzen kisten hier die ganzen kisten angucken okay ich fange auf der anderen seite an bei xa mehr oder weniger oder auch egal hier taktischer pullover wenn noch einer braucht taktische handschuhe die sind extrem taktisch die handschuhe die anders dann bist du der taktik fuchs soldatenhelm ich hab 20 schuss für meine helm 1 gefangen hast du ja perfekt können wir weg 9 mm padrone zack er kommt wieder er kommt wieder zurück zurück also ihr habt ihr habt zeit also das ist jetzt nicht so dringend aber naja vorbei doch naja willst du jetzt pissen gehen wir wollten mir das mal angucken ist ja ein plumpsklon ja da kann ich nicht so ein m1 clip hat keiner mehr von euch oder so ein magazine clip ich möchte ich hab den mal weggeworfen natürlich warte mal swd magazin habe ich ne ist das was aber swd magazin halte ich glaube ich ja drei stück im neuen magazin ne ok das swd kann ich fast wegwerfen oder brauchen wir nicht mehr ne kannst du eigentlich wegschmeißen ja also wie gesagt ich habe drei magazine das reicht mir eigentlich dann habe ich ein bisschen hat er wieder umgedreht oder ist er noch am kommen bei dem klubschen neben klubschen naja er läuft gerade wieder vorbei ok er hat umgedreht er läuft gerade wieder weg wieso kann ich denn jetzt meine waffe nicht laden er musste manchmal wieder nehmen in die hand ne weißt du ja habe ich ja so hier die kisten hier die beiden kisten am fenster hast du noch nicht durchsucht xa oder ich habe noch eines durchgeguckt dann mache ich das eben ich kriege das scheiß magazine jetzt nicht mehr in das rifle munitionskiste 9 mm sehr geil so ok dann müssen wir jetzt durch und gehen wir in den gegenüberliegenden hangar oder in den nächsten warte mal eben ich habe gerade ein bisschen kleines problem mit meiner was ist nicht ich kann meine ich kann meine waffe ich kann die waffe nicht laden dann kommt hier mal nochmal ein nimm hast du das das magazin mit munition bestückt schritt 1 dann hast du das magazin auf die waffe gezogen ja klar so hast du dann jetzt die waffe in der hand und mal er gedrückt ich wechsle gerade um hier nochmal wieder soll jetzt er drücken ja macht er nicht macht er nicht meine fresse ich habe eine kugel die fehlt hier doch im magazin habe ich nachgeladen ich schau gerade mal also server ist da da nicht dass das jetzt da so ein simples ding ist ja keine ahnung hast jetzt noch schuss drin da musst du vielleicht erst an laut machen dass der rechtsklick erst an laut noch mal machst auf die waffe ja aber wie kann die kann ich nicht an laut rechtsklick auf die waffe an laut geht nicht ja dann musst du halt wahrscheinlich erst verballern wenn da noch ein ja eigentlich geht das sollte gehen musst du wahrscheinlich den einschuss erst verballern der drin nicht doch das gibt zombies hier bei poe spawnen sofort zombies dann nein gar nicht hör mal also nur gerade höre ich da doch jetzt kommt selbstverständlich ja ich schmeiße die nägel raus boah jetzt haben wir hier eine zombie meute ja jetzt auch den einschuss ich brauche aber auch eine waffe die ich schießen kann wenn ein solcher gewehr werfen macht ja auch keinen sinn er ist auch noch eine pistole oder so jetzt muss man halt irgendwie schauen dass mir die zombies außer dir zusammen die waffe ja schon dabei nur nicht schießen coach wenn jetzt auch wenn jetzt viele zombies sind wir müssen mit der keule jetzt machen damit wir die leise zerlegen ja wieso dann die würden ja einer stellt sich hier hin ne an die andere an die an die eingangstür müssen wir müssen nur hoffen dass dann von hinten nicht der hat da ist er da liegt da einmal zahlbrüste unbeteiligte ja ich bin mir gerade einmal kann ich schon er sich schon ehrlich ist ja ich habe auch angst gehabt und klar zu treffen oder es ging dann hat ein paar reicheisen dabei gehabt ok dann kann man erst half life z spielen spd magazin achso das ist das was ich weggeworfen hatte das war das was du angesprochen hast also auch in der ecke könnt ihr euch sehen ja es geht gut dann haben wir das ich hoffe es war nur der eine zombie der jetzt gespawnt ist ja sonst würdest du sie glaube ich hören oder ja wahrscheinlich bist du bereit xa also ich würde dir jetzt fast sagen dass wir jetzt rüber gehen in die andere oder in den hangar in den neben in die indieten das goldbeutel nebenan oder ja das ist ja auch wieder so ein wohn ding ja und da war doch viel munition nicht aber gut ja können wir machen er kommt grad wieder hoch er ist jetzt gerade hier vorne jetzt dreht er gleich um in diesem moment wenn er dann dort direkt raus hauptsache und die nächste genera jetzt können wir weiter genau jetzt hier raus es war voll sinnvoll dass ich da über das geländer ja total okay gut ich 20 schlitten rounds oder die kette kann ich auch weil du laden mit aufmachen ja wenn es kommt glaube ich gerade wieder was ne jetzt mal das kommt ein zombie zombie vorm fenster hier die können auch reinklettern echt ja haben sie schon mal geschafft bei mir jetzt kommt er eventuell der weg kommt ja hier war ziemlich wenig wir verstehen uns und wir duschen mal ein bisschen oder das ist immer schwierig abzuschauen jetzt schon wieder mal zu hauen ich dass der noch mehr krach macht und anlockt ich glaube ich dass sie anlocken da kommt er hat doch noch länger zeit als gedacht das ist immer schwierig abzuschätzen das ist an der tür vorbeigelaufen sollte er gleich umdrehen und er ist vorbei dann mache ich jetzt kurz die tür auf und lass den zombie kommen sie rein kommen sie rein junger mann kommen sie rein was gibt es denn das lieferando ich muss mir kurz bandagieren dem du mal auseinander so ist hier drin alles gelootet coach ok gut dann machen wir was größeres suchen hier in den dingern ist wirklich nicht so viel ja ich hätte gesagt gegenüber den hangar und dann sollten wir warten bis sie wieder einmal vorbei ist hier ich glaube da kommt hoch kann er sein ich bin so voll gerunzelt ich habe noch jede menge platz eigentlich ich habe auch viel schrott dabei ich muss das ich hatte für ihn schon mal so ein bisschen versucht auszumisten aber der kommt jetzt auch weg brauchen wir essig braucht man unbedingt essig essig ist ganz wichtig nur wenn du kochen willst ja also ohne essig würde ich nicht versuchen hier zu überleben ich habe halt viele bandagen dabei ich weiß auch nicht warum wenn er jetzt noch so ein bisschen weiter weg ist nicht dass er gleich wenn du mit dem rücken mit sonst was kommen wir da auch ganz so gut auf jetzt ok dann mach das oh fast ich mach's so ich fang hinten an oh äh ja rucksack salatenshirt das ist fast bitter ne wir werden jetzt sehr vieles finden wo wir uns sonst immer drüber freuen ich habe einfach nicht mehr mitnehmen kannst kalibers 22 brauchte keiner noch immer nicht hier ist m1 munition moment ich lege sie 60er oder stand und waren für m1 hätte eine ballistische schutzliste noch im angebot hier ist so nebenbei zwei rucksäcke in einem ding wo hast du die munition hatte wie gesagt ausgelegt alles klar habe ich ok wir haben zum besuch aber sooo und das hier die zeitschutzweste braucht keine ja die habe ich gerade abgelegt gut dann sind wir hier durch hier vorne wart ihr schon ja da war ich da war ich habe ich durch dann nehmen wir gleich hier den voraus kommt wenn er wieder wenn er wieder vorbeistolziert ist da aber der geht wobei der geht ne der kommt jetzt ist die frage ob er von rechts oder links er kommt von rechts nach links gelaufen wenn du vor der tür stehst jetzt ist er gerade an uns vorbei tritt gleich um und läuft wieder in die andere richtung so jetzt dreht er denkt dran hier war grad zombielärm das heißt wenn wir jetzt vor die tür gehen werden wir wahrscheinlich einen zombie an der backe haben dann nehmen wir einfach mit in die halte gehören ja ja ich habe die nahkampfwaffe in der hand mach das auch weil das ist wahrscheinlich alter ich habe gedacht jetzt macht jemand anders hier die tür offen alles noch raus oh oh ne alles gut boah ey der macht grad so einen zwischenstopp der sack ja wollte ich grad sagen wenn der jetzt äh ich war auch kurz irritiert aber einfach weiterlaufen bei sowas na zu damit das ist geil hier liegt die polizeischutzweste ich mach rechts die seite ich mach rechts die seite ja ich hatte noch munition für dich cool äh ja was mach ich jetzt mit dem tarnfleck wanderrucksack das ist eigentlich besser als der den ich hab komm ekwippe jetzt haben wir jetzt der rucksack weißt du nini ist dafür gestorben dass ich den rucksack hatte jetzt lass ich ihn einfach fallen weil ich jetzt einen besseren hab mp5 hat keiner oder du hast einen schrott gesprintet können ich hab ein mp5 magazin und so alles ja ne das magazin liegt unter mir die grünen kisten hast du alle durch ja die hab ich durch hier warte ich hier hast du ein grüner soldaten halten können ein aks magazin ein millimeter patronen lege ich mal raus ja coach auch und dann nehme ich so nix ist ein 1 1 2 ich suche die gerade ich habe hier so viel munition ja 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 das ist auch eine grüne taktische hose aber ich hab glaube ich schon ja die hose 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 ich habe eine taktische weiß hell beige fisch was auch immer hast du schon ja ok fisch das ok auf vollen mit datenshirt mit datenshirt was ist was ist denn da was ist das ding hier wenn ich das anziehe ach dann zieht er das aus ok so noch ein helm das macht meine hose geht so ja jetzt bin ich äh komplett sozusagen die zeilschutzweste die die ich habe die ist auch noch intakt was ich mich noch frage ist halt ähm ob äh die dragon of hat keiner von euch oder? doch ich aber den adopter habe ich schon drauf ok was ich mich noch frage ist ob die tarnfarbe einen unterschied macht also ob du mit grün sachen im wald schlecht zu sehen bist als mit diesen komischen weißen ja weißes schneetarn ja 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 also das was ich jetzt hier habe ist nicht unbedingt für wald geeignet das ist schon richtig ja aber äh aber halt jetzt nichts anderes naja klar rein theoretisch könnten wir jetzt auch wenn er ganz links hoch ist aber da dreht er sich schnell um ja gut wir müssen dann halt fast raus wenn er gerade jetzt vorbei ist uff ok jetzt ist er wohl vorbei ok mhm stoppen ja jetzt würde ich sagen oder? ok na dann ja tage da ist die denn zombie alle rauf 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 ok so sehr gut das war jetzt ein bisschen nervenkitzel ich weiß nicht ob ich das nochmal brauche ich sagte gerade ein wenig ich kann sofort die türi aufmachen ballistische schutzweste das ist doch besser als die stichschutzweste ja 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 die ist ja klasse so hier da tarnjacke in grün nehme ich die doch hier habe ich noch einen velivero munition rausgelegten packchen halt wie was hier ist hier ist einsatzweste hier ist sie ist die einsatzweste besser als die ballistische ja ja also die uff das ist jetzt eine gute frage die schützweste ist halt gegen äh stiche also wahrscheinlich gegen zombies besser und die ballistische ist gegen schüsse also ja und das was ist jetzt die einsatzweste gegen alles ein bisschen aber nix richtig oder wie ja dürfte wohl so ein bisschen von beidem sein steht der zombie hier vor der tür jetzt oder was oder ist das einfach nur ohne stu oh ne kvalate aber nicht selbst in die luft sprengen ja he he das wird genau so passieren das weißt du ja hinten habe ich alles durch und auch ein aka magazin ja das habe ich auch gerade gesehen aber magazin magazin mag harte habe ich das nicht was sagen auch ich muss sagen jetzt bin ich meine ausrüstung ganz zufrieden wenn ich jetzt vielleicht noch einen grünen helm auch ab hatte doch einen grünen ja ich glaube ich ja ich hab halt nicht geschalten dass das mit dem plan aber es hätte auch nicht so schlimm jedenfalls sehe ich schon mal besser aus als coach warte mal komm mal ja hier ist eine tarnjacke meine ich halt nur noch lieber die als deinen hier auf dem boden einfach abdrücken lieber die als einen komischen sonst was poli denkt daran dass mit links aufzutaten was dann noch karotten karotten saft ja ja karotten saft trägt der feiner herr mit sich rum so also hier klingt das jetzt auch gerade echt nach bewegung da wollen wir die irgendwie mal reinlassen oder auf der anderen seite raus oder ich glaube ich hab das inzwischen den hallen aber der ist jetzt vorbei gewatschelt wollen wir dann raus also wieder dass man jetzt schräg rüber gehen mach doch nicht die tür auf glaube ich gerade unten oder? der ist unten ja jetzt aber wohin jetzt? Alter komm zurück komm zurück komm komm komm.. nee lass er rein lass er rein dass wir uns weg mal können Aua! Oh der ist dort Der ist vom dach geflogen also war er auf dem dach drauf oder war er auf dem runden? Der ist vor mir runter geflogen ich hab gedacht naja vor mir ist wohl gesprungen Nein Hast du Bandagen gesagt? Ja ja ok Arbeitshose da ist auch gut Taschenzeug drin falls du noch keine hast Coach Ja die taktische Army Hose Die Arbeitshose hab ich doch wohl lange gehabt die durfte ich nicht mehr anhaben Moment du aber die Arbeitsjacke durftest du sie nicht mehr anhaben Die Arbeitshose auch nicht die war ja noch in den Farben Warum hast du eigentlich ne Gasmaske an? Futzen wir dir zu viel? Ja Ich versuchte die Zwiebelchips zu filtern Wir waren mal Ritter alle Wir brüllen unser Geschäftchen alle Dingen Ja genau und Bohnensuppe und Also hier rechts von uns ist gleich ein Zwischengebäude Rechts von uns ist ein Zwischengebäude okay Der ist jetzt vorbei gewatschelt wir können es probieren Ja komm Ja komm dann lass uns gleich ganz durch hier Was? Ja komm Oh Mach rauf, mach rauf, mach rauf Boah dann können das Ding advanced da Ja das Ding hat aber auch nen Klo Oh Zombie Ja bring mit Ja bring mit Komm her komm 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 Zwei Ja komm rein Ich tanke Ist doch nicht in Ordnung mit dem Aua, ah jetzt hast du mir einige Jetzt hast du mir einige gelatzt Ja sorry, da konnte ich nicht wegziehen mehr Ah das tat sogar weh Muss man ja durchkehren, hier steht ein Besen Ja Wär gut Ja wenn der Robby gleich weg ist lassen wir den nächsten Zombie rein Ja kann wir machen So bandagiert bin ich alles gut Äh Ist das jetzt Ah ja ernst Was? Ja ich hab jetzt grad gesagt er soll hier die Lumpen zerlegen Du scheiße der Robby kommt selbst hier ne Guck mal wir haben selbst hier Fenster Ja aber nur kleine Fenster Lässt dieser Eimer hier äh Die Waffen fallen Ja hab ich grad gesehen wo Ja geilste Geschwissen Wer ist denn da Koya du bist im Blickfeld Der Roboter ist 4 Meter groß ne Du stehst auf der anderen Seite vom Raum Ja ich dachte ich hab gehofft das war vielleicht Ja Könnte ja vielleicht eventuell Ja ja So jetzt können wir hier den Zombie vermappen da Einmal alles aufstehen bitte Das macht man an oder? Was ist denn jetzt? Weg Ja lass es hier raus Bin auch sehr für Was hinten in die Halle rein? Das nächste Haus rein oder? In die Halle? Ja hier in die Halle oder? Die Halle? Okay in die Halle Ja komm Halle 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 Warte Halle dude da Da? Drin? Ja ich mach zum Okay Oh Zombie 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 Nicht doch schießen Wieso hab ich jetzt ne Waffe in der Hand Ich hab doch drei gedrückt Ich hab nur einmal ne Packung Thunfischsalat gefunden Das freut mich Jetzt haben wir wieder Zombie gesch Hier ist ne Tarnjacke in grün und Ja Hier wäre noch ne kleine Werkzeugkiste Sonst Alter Oh mein ist fast durch Ich mach doch nochmal Die ist aber auch nicht sehr Achso Ja gut dann Ich glaub deine ist auch nicht sehr viel schlechter dann Ich lass den einen Zombie nochmal rein Okay seid ihr soweit? Ja warte 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 Der Robby ist gerade auf dem Weg hier nach unten Oder? Ja der ist auf dem Weg Den letzten Lass mal nicht zuzen Da ist das Na gut Wir müssen den Robby ja nicht die ganze Feiergang machen Warum ist denn bei XA eigentlich Licht an? Weil ich diese Kackdrohne an der Backe hab Ach die scheint von außen rein oder wie? Naja Das ist ja ein Traum Und hier Ich hab ein Tagebuch gefunden Liebes Tagebuch Was bringt das eigentlich Dieses Notizbuch Oh oh Rot Coach Ne 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 Irgendwas hat hier rot reingeschehen Warum? Ja ja warte Nicht reinlassen jetzt Ich muss ihm pinkeln Er sagt Ich muss jetzt aber wirklich pinkeln Sagt er Ich muss jetzt aber wirklich pinkeln Ganz 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 Kann ich nicht was sagen Ich muss jetzt aber wirklich 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 pinkeln Das ist geil Ich muss jetzt aber wirklich pinkeln Kein Spaß mehr Lass rein da den Okay Achtung Hallo Ist auch nicht fixiert Komm mal weg da Zieh ihn mal rüber Ja nun komm rein Pass auf da hinten ist der andere Mech Mach zu Scheiße Ja zu Jetzt Himmel Herrgott So Aua Mann Coach Entschuldige Das ist doch nicht dein Ernst Der stand eben noch Das ist echt nicht wahr Das ist echt nicht wahr Krieg ich ein Ding Jetzt hab ich 70% Leben Weißt du Nix abgekriegt Aber das ist wohl Batsche vom Coach Alter Ja Friendly Fire war schon immer die größte Scheiße Boah Hier brauchst du Nerven ey Oh der läuft jetzt wieder hoch Ach ne jetzt sind sie beide auf dieser Spur hier Scheiße Ja wir können doch hinten raken Ja aber ne hinten raus ist hier nicht Hinten raus ist hier nicht Schade Sind die hier beide hier auf dieser Seite Fluthacke Ja wir haben es ja reingeschafft oder schaffen es auch wieder raus Irgendeine Situation jetzt geben wo die Ach du schade ist rotes Licht Was tut es? Es läutet rot Genau Ja Der läuft jetzt wieder hoch und der andere Ja hüpft schon noch ein bisschen Hier Höhe Ein spister Schuss in dem Moment wo du oben bist Gute Idee Coach Mach ne gute Idee Mach zu Mach zu Die kommen rein seit neuestem Was ist denn jetzt? Weiß ich nicht Zu damit Ducken Weg Hä? Luck dich Ach der ist da hinten Ja jetzt läuft er hoch Jetzt läuft er zu unten Ja dann tue auf Und was Ja jetzt aber raus oder? Ja ok raus aber dann um die Ecke Gleich Was? Weiter Wo gehts denn hier raus? Ja ich Für die ist keine Lücke Wir könnten ja über das Haus klettern Ja Ja Da ist aber freie Schussball von dem Knie Oder? Ja da komm drüber Kurios reingeklärt Reingeklärt Hier ist aber ein Loch im Zaun auf dem Häuschen Ja ich bin drüber Achtung da kommt ein Zombie Oh Oh Ah Zombie Ach Gott Ja toll und jetzt hängt sie an zu lecken Jetzt hab ich auch grad grad drüben im Gelände Ah man Jetzt Da muss ich mich mal wieder verbinden Ich geh mal kurz ins Gebüsch Ihr macht das Hau mir nicht ein Nein Ja renn mir doch nicht in die Keule ein Ich hab nicht gedacht dass du drei Meter vom Zombie anfängst auszuholen Ja aber ich mach Ich lauf immer und zum Zombie hin Da du nicht ausgehört hab Dann trifft er mich nicht und Ah 67% Ey wir haben Militärkampf mal überlebt Ey das ist wie geil ist das denn Ich muss pinkeln Das war so aufregend Ich muss jetzt hier direkt pinkeln Dann Dann mach mal Beim Pinkeln erschossen Ich dachte mein Darmwunsch Ach nee Darmwunsch Das ist toll Ah Target Endgauge Puff Ja so über den Zaun rüber so Ja genau mit einem Sprung Das ist so ein Nur ein Schuss Ein Sprung, ein Schuss Puff Haha So Übrigens Es ist Nacht Premiere ins Kamm Für uns Ja jetzt Braucht noch jemand einen Pilz Ja einen Pilz Ich würde jetzt gerne einen Pilz trinken Muss ich ganz ehrlich zugeben Ja nee Ach weißt du was wir jetzt machen Warte mal Kommt mal her Kommt mal her Einmal Siegesfeier Hier eine Flasche Wein für euch Ich hab noch eine Flasche Whisky Hat sonst noch jemand Alkohol dabei Ich hab Karottensaft Drink Ja warte ich Sag ich trink mal eben einen Schluck hier Und dann kriegst du Durch die Maske Durch die Ja Schön gefiltert hier Schön die Maske erfüllen Mein Whisky ist schon leer Das war nur noch ein Schluck Oh toll Da ich hab dir hingelegt den Wein Ja Oh dann nehme ich deine Waffe Und du hast eine Dragunoff hingelegt Ja du hast eine Dragunoff hingelegt Genau Ich hasse es Das ist Das ist Wein ist Wichtiger Hallo ich hab genug Platz im Inventar Wein ist Wichtiger Warum kann ich mein Wasser nicht trinken Das ist auch schon leer Das Oh Ah Es geht doch nichts über einen guten Wein oder Das war der Weißt du was Das war immerhin kein Tetrapackwein Das war ein guter Wo sind die Flaschen jetzt Ich hab einen Schluck Ich hab auch einen Schluck Ich wollt auch noch einen Du Idiot Trink mal noch einen Schluck zusammen 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 Was verstehst du daran nicht Das war doch auch Ich werde sicher sehr Zwei Euro ein Schluck Oh ich werf gleich die Granate ey Krieg ich hier dreimal Träsche und dann schmeiß ich nur runter und krieg keinen Schluck ab Alter Bis zur nächsten Folge macht's gut Ciao Ciao Ciao